Hallo und herzlich Willkommen zu dieser Meditation. Finde einen bequemen Sitz. Du kannst auch gerne liegen, wenn das für dich angenehmer ist. Und dann lade ich dich wie immer ein, deine Augen zu schließen, wenn das für dich in Ordnung ist. Und ansonsten schau auf einen Punkt vor dir auf den Boden, so dass dein Blick ruhen kann. Und dann komm erstmal bei dir hier auf dem Platz, wo du sitzt oder liegst, an. Spüre, wie es sich jetzt gerade anfühlt, hier zu sitzen oder zu liegen. Spüre auch für einen Augenblick, wie dein Körper sich mit dem Atem bewegt. Wie sich Bauch und Brustkorb heben mit jeder Einatmung und wie sie sich wieder senken mit jeder Ausatmung. Atme durch die Nase ein und aus. Entspanne deine Bauchdecke. Und wenn jetzt noch Gedanken da sind, die dich ablenken wollen, nimm das wahr. Schau dir an, was es ist. Schau dir an, was es ist. Es kann auch ein Gefühl sein, was gerade hochkommt. Und dann schau, ob du es ziehen lassen kannst. Und falls nicht, dann lass es da sein, aber schenk ihm keine Beachtung. Sondern wende dich wieder dem Atem zu. Und jetzt spüre einmal in deine Beine hinein. Wenn du liegst, sogar in deine gesamte Körperrückseite. Lass alles ganz schwer werden. Tief in den Boden hinein sinken. Und jetzt stell dir vor, wie aus deinen Beinen und Füßen Wurzeln wachsen in den Boden hinein. Dickere Wurzeln, feinere Wurzeln. Ganz tief graben sie sich in Mutter Erde. Stell dir das vor, so als würdest du vor dem Waldboden sitzen und ein Baum sein. Der sich immer stärker und tiefer und fester mit Mutter Erde verbindet. Mutter Erde gibt dir Kraft und Halt. Sie stützt und trägt dich. Das heißt, du bist stabil und du bist sicher. Mit jedem Ausatmen wachsen deine Wurzeln noch tiefer. Sie sind wie Anker. Und du weißt, egal was jetzt hier an der Oberfläche passiert. Du kannst dich wiegen im Wind, aber deine Wurzeln sind stabil und fest verwankert. Und auch dein Geist weiß jetzt, dass egal welche Stürme aufziehen, dein Fundament fest ist. Spüre noch einen Augenblick in dieses wunderbare Gefühl des Gehaltenwerdens hinein. prove Ji, wenn du auf fünfmalen Doktor erz içinde dir smellst, memorierst du getaune sind,rézniten das erste Konflerz des Wassersteller dickes. Und du bist nicht. bölge sie euch letztendlich. Jawohl, wie sehr behalte und ich wieder sein。 Und dann spüre jetzt, wie durch die Wurzeln aus der Erde Energie in deinen Körper aufsteigt. Von den Füßen, über die Knöchel, in die Unterschenkel und Knie. Die Energie fließt weiter durch die Oberschenkel, dein Becken und Gesäß. Weiter hinauf durch deinen Oberkörper. Durch alle Organe hindurch. Und die Wirbelsäule hinauf. Immer weiter und weiter. Sie fließt von deinen Schultern wieder herab in deine Oberarme. Ellbogen, Unterarme, Handgelenke, Hände und Finger. Und sie steigt durch Hals und Nacken hinauf in den Kopf. Sie erfüllt sowohl dein Gehirn als auch deine Stirn, dein Gesicht. Alles ist jetzt durchflutet von dieser wunderbaren Energie, die dir Mutter Erde schenkt. Und spüre einen Augenblick hinein in dieses Gefühl. Und nun beginnen sich die Wurzeln wieder langsam zurückzuziehen. Mutter Erde hat dich mit allem versorgt, was du brauchst. Stabilität, Sicherheit, Energie. Es ist jetzt Zeit, wieder mit dem Bewusstsein zurückzukommen in deinen Körper. Ganz vorsichtig, Händen und Füße zu bewegen. Und wenn du dann wieder ganz im Hier und Jetzt angekommen bist, dann kannst du ganz langsam die Augen wieder öffnen. Herzlichen Dank für diese gemeinsame Meditation und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Deine Yvonne Deine Yvonne Deine Yvonne